Living Quarters ist ja oft vercampt, deswegen kann man von Headquarters einfach den Fallschirm ziehen und einmal runter aufs Dach fliegen. Man könnte dann über die Leiter pushen oder weil der eine sitzt wie bei mir vorne aufs Vordach und in die Seite ins Fenster springen. Das ist sehr überraschend für die Gegner und hilft beim Push immens. Außerdem kommt man auch ohne Fallschirm vom Nebenhaus ins linke Fenster, das ist viel besser als das rechte.